ARD Text im Auftrag von Funk Also ich habe jetzt schon so ein ziemliches Kribbeln, wenn wir hier langrollen. Also ich bin ziemlich komfortabel. Ja, 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 ja. Ja, vorher liegen ja alles frei, also ich kann nicht glauben, dass wir jetzt abheben werden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.